Ja? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, klar. Nur auf einmal, dass drei Leute, die nicht ins Land fahren und das nicht im Zusammenhang steht, oder? Blufflau. Machst du dir jetzt was vor, oder versuchst du mir was vorzumachen? Ich hoffe doch, mir was vorzumachen und nicht mir, aber mir was vorzumachen ist ganz blöde Idee. Ach Gott. Weil ich hab's immer besser als du. Ich glaub mir, selbst wenn du noch die größten Bockmiss gemacht hast, dann sagst du lieber hey, ich hab riesen Bockmiss gebaut und es tut mir mega leid und sag ich ja gut, passt fertig. Man sagt, nee, das war jetzt nicht so und das ist überhaupt nicht richtig und nee, die anderen und klar, dann geh ich dem aus dem Grund und find raus, dass du der Arschige warst und mir da gerade zwei Stunden Supportarbeit geschafft hättest, was ich dir jetzt natürlich nicht unterstellt. das ist ein Beispiel, ja. Das ist ein Beispiel. Und das soll so rauskommen, dann kriegst du mir noch viel mehr eine auf den Deckel, als du kriegen würdest, weil, ja. Ich jetzt hasse, wenn man mich anspielt. Gut. Wenn sonst nichts ist, dann geh ich wieder runter. Okay. Tschüss. Oh, wege angepisst, oder was? Mhm. Ja, ich bin ein Arschloch, tut mir leid. Ein Atmen ist ein Arschloch, tut mir leid. Steht schon in meinem Namen Kürze. Echt? Wir sehen uns. Kürze, du wirst, ich hab, ich hab, ich hab. Es wird nie mit ihm gedreht. Wool Handel. Ich gebe, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, ich hab das, ich hab. Ich hab. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020